Hallo, hier ist der Martin von Warnemankies, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 19.04.2024. Und ja, das ist eigentlich so ein Tag, wo ich, wenn ich es nicht müsste, gar keine Analyse machen würde. Der ist hier einfach rumgedreht, da habe ich mich sogar heute schwer getan, damit überhaupt ein Bild zu finden hier. Was wir gesehen haben, die Erwartungshaltung war vielleicht auch ein bisschen zu hoch angesetzt, aber man muss ja sagen, so, hm, im Grundzug war erkennbar, was wir von ihm wollten, denn er hat das fast getan, aber er hat das noch nicht so fertig gekriegt. Also er ist wieder unten auf unsere 700, das hat mir ja gesagt, hätte halt einen Reiz, wenn hier ein neues Tief kommt. Einmal 700 anstechen, Gründschundkerzen umdrehen, dann komplett wieder nach oben raushauen, schön hier oben an den Trend ran, 39 Signal setzen oder andersrum, 39 ran, dann runter auf 700. Was hat er gemacht? Das runter auf die 700, dann hoch an die 880, dann wieder zurück auf die 7, oder 2, nicht mehr 727, Entschuldigung, runter auf 27, dann hoch 880, wieder 127, ohne die 700 zu treffen und ohne die 39 zu setzen. Kann man nur sagen, ja, er hat da Martin halt ein bisschen schief geguckt, aber nee, er hat halt dadurch auch überhaupt kein neues Signal gesetzt und dadurch ist der Tag völlig für die Katze gewesen. Also er ist einfach hier in seiner kleinen Handelsspanne, die er jetzt wirklich schon 1, 2, 3 Tage schiebt, einfach stehen geblieben, einfach weiter zur Seite gelaufen und damit müssen wir all das, was wir bisher gesagt haben, 1 zu 1 einfach so weitertransportieren, dass es noch immer eine korrektive Bewegung, es wird ja auch nicht besser durch so ein Geschiebe. Ja, ja, es ist immer noch korrektiv, das heißt, es gilt erhöhte Achtsamkeit, sobald der Abwärtstrend nach oben aufgelöst wird, weil dann wieder von korrektiver Bewegung in dynamische Bewegung gewechselt werden kann, auch wenn, ich betone das gerne nochmal, weil das immer wieder falsch verstanden wird, das durchaus dynamisch ist, es geht aber auch darum, man unterscheidet den Markt in Trendphasen und man unterscheidet Korrekturphasen, das hier ist eine klassische Trendphase, da seht ihr, wie unnachgiebig der Markt quasi ohne gravierende Rücksetzer in eine Richtung durchsteht und hier macht er halt immer wieder krass zurück, er macht immer einen Meter vor und, ja, mehr als einen Dreiviertel Meter zurück, um dann wieder einen Meter vorzumachen und dann wieder einen Dreiviertel Meter zurück. Ah, und das geht so die ganze Zeit, das bezeichnet man einfach als korrektiv, das ist so hinzunehmen, ja, das sucht man sich nicht aus, das ist immer technisch in Anwendung, und eben off zu sehen, bevor dann eben wieder dynamische Bewegung ansetzt. Das heißt jetzt nicht, dass man sich jetzt zwangsweise jetzt long dagegen stellen muss, wenn der, wenn der, wenn der, wenn der hier weiter Schwäche zeigt, das heißt aber, dass man, sobald der Abwärtstrend nach oben verlassen wird, dann eben durchaus eher vielleicht auf der longen Seite wieder aktiv werden sollte. Das, das ist damit gemeint. Und da sind wir immer noch drin, ähm, grundsätzlich fehlt uns jetzt hier ein Abschluss-Tief. Er hätte die Option, das als Doppelboden stehen zu lassen. Ähm, würde ich aber sagen, warum hat das dann nicht gleich ausgespielt? Also, warum ist er jetzt nochmal komplett runtergefallen, wenn das ein Doppelboden werden soll? Dann hätte er hier jetzt hoch an die 910 gemusst, an die 900 ran gemusst, dann wäre das auch ein Match mit der Kante geworden, das wäre sehr stimmig gewesen. Ähm, hätte sich an der 900, ähm, 910 dann überlegen können, ob er oben raus eskaliert oder wieder nach unten zurückdreht. Und, ähm, von daher, ähm, gehe ich fast davon aus, dass er es nicht anspielt, dass er es nicht macht und zum Freitag jetzt nochmal probiert, hier drunter zu kommen. Ähm, drunter zu kommen, könnte ich mir vorstellen, wäre er dann wieder die 700 oder die 650, 620. Interessant. Macht er das früh gleich und dreht sich schnell genug um, kann er aber das, was wir am Donnerstag beschrieben haben, jetzt noch nachholen. Das ist ja nichts passiert, er hatte keine Signale gesetzt, das heißt, wir können die Analyse einfach so transportieren. Macht er also 700, dreht sich schnell um, äh, geht wieder um die 750 drüber, hat er das Zeug hier oben wieder dran zu laufen, das wäre dann 80 bis, ähm, 900, ja, der Bereich. Und, äh, sobald er dann drüber, drüber raussteigt, ist, wie gesagt, der Abwärtstrend dann unter Druck und könnte bersten und das könnte ihn dann auch sogar schon am Freitag Richtung 89 tragen. Ja, also, da muss er sich gar nicht dumm anstellen, das wird er hinkriegen, ähm, aus der Perspektive heraus. An einem Tag, das, das wäre durchaus machbar, aber muss es halt bringen. Ja, die ganzen letzten Tage, muss man sozusagen, waren deutlich unterhalb der Erwartung, ist eher weniger gelaufen als gedacht. Ja, und, ja, aber ich würde da genau hinkucken. Wie gesagt, neues Tief wäre, Stand hier jetzt abzuleiten bei dem, ein paar Geier, was man jetzt hier sieht, und dann muss man wirklich genau hingucken, wird das angenommen, wird das nicht angenommen, das Tief, wie reagiert das, wie reagiert das, wie reagiert das, wie reagiert das, 6,5, 6,20, wie reagiert das, 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 dann wird man, denke ich, schon ganz gut erkennen können, wo die Musik hingeht, und sieht man dort gar keine Reaktionen, braucht man auch noch nicht lang gehen, Dann geht es weiter Richtung 560, 480 und 410. That's it. Und so können wir es eigentlich auch stehen lassen. Von daher würde ich hier die Analyse zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Freitag. Ich habe übrigens, dadurch, dass es jetzt so ruhig war, alle Mails durch. Also nicht alle Mails. Ja, der Gerd kriegt noch eine Antwort, Daniel. Und Jan, ich glaube, drei Mails habe ich noch offen. Aber alles, was das Seminar betrifft, jeder, der angefragt hat, hat von mir eine Antwort gekriegt. Das heißt, da ist heute nochmal ein ganzer Schwung an E-Mails rausgegangen. Diejenigen von euch, die keine Antwort von mir bekommen haben, schauen wir unbedingt in ihrem Spam-Ordner nach oder melden sich nochmal bei mir. Aber ich habe auf jeden Fall jedem geantwortet. Also ich habe noch nicht von jedem eine Antwort gekriegt. Auch von Mails, die schon vor ein paar Tagen raus sind. Ja, also schaut da unbedingt in den Spam-Ordner. Das haben wir immer mal wieder, dass der eine oder andere sagt, dass es bei ihm im Spam gelandet. Guckt da einfach, wenn ihr von mir noch nichts gehört habt. Ihr müsstet auf jeden Fall jetzt was bekommen haben. Okay, ich mache hier aus. Schönes Wochenende. Und viel Erfolg zum Freitag. Tschüss.